Ich hoffe, ihr nehmt das nicht als Teambuilding wahr, sondern das soll halt eine Fortbildung gewesen sein. Und mein erster Gedanke war, nachdem wir das gefinisht haben, war, und da habe ich an dich gedacht, so ja, eigentlich eine super Teambuilding-Angelegenheit, weil du halt zusammen kochst, du isst, du trinkst, du hast einen schönen Vormittag, Nachmittag, aber an eine Fortbildung habe ich jetzt in dem Fall nicht gedacht. Ja, ich finde es lustig, dass man das extra betont, oder? Also wieso sagt man jetzt, und übrigens, das war jetzt kein Teambuilding. Ja, ja, ja. Okay, dann lass mich wieder ein bisschen zurückgehen, ich spüre es dazu. Aber muss man tatsächlich dazu sagen, ich glaube, das hat jemand als Stichwort quasi gedroppt in dieser Fragerunde oder in der Diskussionsrunde, hat halt jemand gesagt, ja, als Teambuilding war das irgendwie auch sehr schön. Aber halt dieser Lernaspekt zu Agilität. Und was halt da für mich so schwierig war, ist, dass es da einfach der Versuch, das Konzept zu erklären und zu transferieren auf das, was man in einem Team macht. Und ich meine, du weißt es natürlich noch besser als ich, wie, sage ich mal, Software-Development funktioniert und wo, sage ich mal, Scrum und solche Agilitätskonzepte und Sprints, vor allem dieses Konzept von Sprint, halt wirklich herkommen. Wo es natürlich absolut Sinn macht zu sagen, man macht irgendwie zwei bis vier Wochen lang einen Sprint, weil du musst halt einfach Code shippen, du musst den wirklich oft irgendwie feedbacken. Aber das kannst du halt auf so gut wie kein anderes Thema transferieren. Also jetzt eben in unserem Fall ist das fast nicht möglich, das zu transferieren, weil die Leute springen dir ab, wenn du alle zwei Wochen irgendeinen Sprint machen müsstest. Das geht quasi nicht. Ja, vor allem, ich meine, ich möchte gleich auch zu Beginn einwerfen. Und der Roman, der uns vielleicht auch mal besuchen kommt hier im Podcast, wird sofort einwerfen, dass die Bezeichnung Sprint total unglücklich findet, weil einfach, wie der Kurt immer schon gesagt hat, du erinnerst dich ja, die Saison ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und genau dasselbe gilt hier auch. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt einmal irgendwie was auf die Beine stellen wollen und dann hauen wir zwei Wochen Vollgas rein, dann fallen wir alle tot um und dann ist gut. Sondern nach dem Sprint ist vor dem Sprint. Und ja, das ist einfach unglücklich gewählt. Also Jana Sicherner, jede Woche Vollgas und wieder eine Woche Vollgas und wieder eine Woche Vollgas. Ja, ja, das klingt super in der Theorie, aber die Auswirkung davon ist natürlich durchaus in der Frage. Genau. Und was mir halt da einfach sehr oft gefehlt hat bei den Erklärungen, ist da das an, sag ich mal, sinnvolle Konzepte halt anzuhängen. Also es ist halt die ganze Zeit so geschwommen, weil es hat dann in der Erklärung von, du hast ein Team, du hast einen Product Owner und einen Scrum Master zum Beispiel, einfach nur diese Ebenen zu erklären, wer wie arbeitet. Und das Konzept verläuft sich ja allein schon in der Erklärung, mit welchen Rollen es gibt, stellt sich heraus, es gibt keine Verantwortung für gar nichts. Weil du dann auf einmal erklärst, naja, also irgendwie klar ist, der Product Owner spricht mit dem Kunden und der ist dann quasi aber nur so weit verantwortlich, dass er es weitergibt und eigentlich ist dann der Kunde wieder abhängig und der Scrum Master schaut sowieso nur auf die Prozesse, ist aber dafür eigentlich nicht verantwortlich, weil ja das Team selbst verantwortlich und selbst organisiert arbeitet. Aber das Team selber ist ja wiederum nicht fürs Projekt verantwortlich, weil das ja der Product Owner quasi herholt vom Kunden. Und wenn du dann mal quasi einen Schritt zurücknimmst oder versuchst, eine Ebene tiefer mal nachzufangen, so ja, aber Entschuldigung, wer ist denn verantwortlich dann in so einem Prozess? Würdest du halt sofort quasi den ganzen Vortrag halt beenden und zerschießen, weil man dann schon ins Stocken kommen würde und sagen würde, ja, stimmt, ja, also Verantwortung gibt es, ja, ja, nein, nein, Verantwortung gibt es hier. Und dann versucht man sich halt irgendwie rauszureden, was aber halt nie logisch rauskommt, weil du halt einfach, ja. Ja, ich meine, sie haben sicher irgendwie jetzt so vom, weißt du, das ist ja sehr konzeptionell und sehr geradezu ein paar, was ist das nächste Wort dazu, also sehr, sehr, man muss auch fest dran glauben natürlich, keine Frage, also um das gut reinzubiegen, aber es gibt sicher ein paar gute Erklärungen. Also ich glaube, eine der Erklärungen, die sie halt sagen würden, wäre, dass das Team halt sich für das verpflichtet oder dann in deinen Worten Verantwortung übernimmt für das, was es halt eben verspricht sozusagen für diese Zeiteinheit, also nehmen wir jetzt einfach mal zwei Wochen oder so und dann sagt, ja, okay, du hättest gerne in dieser Reihenfolge erstens, zweitens, drittens, viertens und wir denken, wir schaffen erstens und zweitens in dieser Woche und ich glaube, die Idee wäre, dass du dich daraufhin verpflichtest, verpflichtest, ja, was auch immer das heißt, ja, und ich meine, da kommt dann der nächste Spaß hinein, weil was heißt dann dieses Fertigsein oder was heißt, sich darauf zu committen, ja, und welche Art von Commit ist es? Da geht es ja auch dann ganz schnell um die Frage, ist das jetzt eine Schätzung? Ich gehe davon aus, ich bin bis dorthin fertig oder ist es ein Commitment im Sinn von, ich kann zu 99 Prozent garantieren, dass es zu diesem Zeitpunkt fertig ist, weil das sind dann nämlich zwei ganz unterschiedliche Qualitäten an Aussagen, die da dahinter stehen und das ist halt so ein Klassiker, man sagt einmal, ja, ich gehe davon aus, ich bin dann dort fertig und dann läuft der Manager raus und sagt, ich verspreche dir, an dem und dem Tag haben wir es in der Hand und das muss man auch in dieser Verantwortungsdiskussion sehr schnell mit aufnehmen, weil es so ein großer Unterschied ist in der Erwartungshaltung der einzelnen Aussagen, ja. Und das ist halt, also das ist gut, dass du das Stichwort sagst, weil es ja tatsächlich, Verantwortung ist ja nur ein Begriff, der da irgendwie gefehlt hat, so für mich, und dieses Commitment ist ja das andere, was, wenn ich jetzt so zurückdenke, ist es auch nicht wirklich explizit gemacht worden, wo jetzt dann wer wohin committet, sag ich mal, in den Prozess, also du hast einfach diese Ebenen klar gemacht, hast gesagt, am Ende ist ein Produkt da, du hast das Team, das dann arbeitet, aber wer committet jetzt dann zu welcher Ebene und, okay, wir committet uns zu Produkt A als quasi Endergebnis, als gesamtes Team, aber dann war wieder die Frage, okay, aber wer gehört jetzt zum Team dazu? Ist es dann der Product Owner? Nein, nein, der gehört dann wieder nicht dazu. Aber ist der Scrum? Nein, nein, eigentlich auch nicht. Und dann hast du wieder so dieses Chaos von, wer ist für welche Prozesse verantwortlich? Wie kommunizierst du dann überhaupt? Welche Verantwortungen gibst du ab? Welche nimmst du? Wie committest du zur unteren Ebene? Und das ist dann irgendwie so schwierig für mich, weil dann auch natürlich ganz oft gestresst wurde, halt in diesem Konzept, was halt so ein bisschen gegen das geht, wo man einfach auf der tiefsten Ebene irgendwie Führung jetzt sehen würde, worüber wir auch oft gesprochen haben, ist, wenn man zu oft sagt, es ist irgendwas hierarchiefrei in einem Team oder in einer Gruppe, dann hast du am Ende keine Verantwortung mehr auf keiner Ebene. Weil wenn du sagst, naja, aber nein, es ist halt hierarchiefrei, dann müssen sich halt Dinge selbst organisieren. Das ist halt lustig, aber auch nicht praktikabel und irgendwo fehlt dir dann halt ein Punkt. Also es muss halt einfach irgendjemand, es muss eine Ebene geben, die halt Verantwortung übernimmt. Und wenn wir es jetzt so wie immer darüber reden, wenn man es ganz runterbricht, muss natürlich das individuelle Teammitglied muss halt Verantwortung übernehmen für den Punkt. Aber trotzdem hat ja so eine Hierarchie, auch wenn man jetzt irgendwie die Literatur heranzieht, hat das ja sehr wohl einen Wert in Teams und in Organisationen, sage ich mal, weil du halt einfach Kommunikationswege klar hast und Verantwortungen klar hast, welche Ebenen wie arbeiten. Ja, aber vielleicht darf ich da kurz einhaken, weil die Frage, also manchmal nennen sie das bei der Arbeit an Gruppen, was witzig ist, weil ich empfinde, dass das dann oft ein Team ist. Aber in dem Moment, wo du in dieses Team die Verantwortung hineinlegst und sozusagen als pauschal über alle drüber, wenn du das wirklich beinhart durchziehst, entsteht nämlich etwas, was sie schon oft gezeigt haben, also zum Beispiel bei Fertigungen von Autos oder so, wo dann irgendwie die ganze Gruppe, vielleicht deswegen Gruppe, weil jeder halt an seinem eigenen Auto im Wesentlichen arbeitet, hat, dass dort natürlich das oft ausartet in etwas, was man durchaus als sehr unsozial bezeichnen kann, weil natürlich sich dann viele nicht gefallen lassen wollen, warum jetzt irgendjemand nicht seinen Beitrag leistet zum Ergebnis, den er halt der Meinung ist, dass derjenige leisten könnte oder sollte. Und da kommen oft Situationen raus, wo, ja, du bist dann schnell in Richtung Mobbing und extremen Druck halt aufgebaut, von sozusagen Peer Pressure, muss man eigentlich dazu sagen, und was halt lustig ist, weil die Grundidee ist so, ja, wow, super, keine Hierarchien, frei vom Boss und frei von, ich weiß nicht, ja, Drücken von außen oder was auch immer, in der Wahrheit, da zeigst du natürlich den ärgsten Druck aus der Gruppe, aus dem Team heraus, ohne dass, ja, dass halt einer oben drüber steht, der halt eben dann verantwortlich ist. Und es ist dann schon die relevante Frage, wie du es gerade sagst, ja, ob man nicht ein bisschen das Kind mit dem Bade ausschüttet, weil man sagt, wow, super, es ist niemand mehr verantwortlich, jetzt sind wir einfach alle verantwortlich. Und was heißt das und wohin führt das, ja? Und ich glaube, letztendlich, um das vielleicht zusammenzufassen und dann irgendwie, dass wir da tiefer in die Diskussion gehen können, ich glaube, mein größter Kritikpunkt sind gar nicht die Dinge wie jetzt irgendwie hierarchiefreie Teams, weil auch darüber kann man diskutieren, wenn man das quasi sinnvoll anleitet und sinnvoll aufbaut, dann hat das auch seine Daseinsberechtigung in bestimmten Situationen. Aber der Punkt war für mich, dass so wie dieses Agilität rübergebracht wurde, ist es einfach ein konzeptloses Ding, weil einfach die Ebene nicht richtig getroffen wurde. Es ist weder auf der untersten Prozessebene sinnvoll angesiedelt, weil wir dann letztendlich davon ausgehen müssten, du brauchst quasi dieses Extreme Ownership individuell und dieses Extreme Ownership übernimmst du ja, damit du halt mit deinem Team erfolgreich arbeiten kannst. Und das ist wieder eine, zuerst eine individuelle Organisation deiner Arbeit, worüber wir auch oft sprechen mit quasi Time-Blocking, Deep Work, wie kommunizierst du dann auf dieser untersten Ebene, was ja tatsächlich immer wieder in der Enddiskussion dann angesprochen wurde, auch aus dem Plenum so, ja, aber das ist am Ende doch so eine individuelle Geschichte, wie ich dann meine Zeit einteile. Und dann müssen halt auch die Agilitätsmenschen halt dann sagen, ja, stimmt, das ist schon so. Was halt aber wieder gegen das Konzept spricht, weil es geht ja um ein Team selbstorganisierter Zusammenarbeit und nicht um das Level Individuum sozusagen. Das ist quasi eins für mich. Naja, aber es ist halt so, dass wenn du dieses Ticket aufnimmst oder was auch immer es dann halt ist, also dieses Arbeitspaket, Ticket, was auch immer, dass dann wie du sozusagen dorthin kommst, eben genau das, was du gerade beschreibst, also dass das dann eh auf der individuellen Ebene ist und ob das jetzt, ja, weiß nicht, ob du das jetzt links oder rechts herumdrehst, ist egal. Du musst halt schauen, dass du das fertig stehst. Ja, das ist, also genau, genau, exakt, das ist mein Punkt. Der Punkt ist, dieses Konzept Agilität gibt es auf der individuellen Ebene wieder nicht, weil du bist einfach verantwortlich dann für dein Ticket, was dann zum Beispiel reinkommt und für deinen Arbeitsschritt. Wenn wir jetzt aber auf die Ebene drüber gehen, wo wir quasi dann wieder über Führung oder halt Teamorganisation sprechen würden, ist halt Agilität auch falsch, weil einfach diese Verantwortungsebene fehlt. Und dann frage ich mich, okay, das passt halt dann nirgendwo rein. Das hängt zwischen zwei Ebenen, zwischen Team- und Führungsebene und der individuellen Ebene und ist halt vollkommen konzeptlos drin, weil ich kann jetzt nicht zu einem Team hingehen und sagen, ab jetzt arbeiten wir agil, weil, wo beginnst du? Also ich brauche quasi diesen Umbrella-Term Agilität nicht, wenn ich einfach eine individuelle Verantwortung für meine Arbeitsprozesse habe. Dort kann ich ja sehr wohl auch unterstützen und anleiten, als Führungskraft jetzt zum Beispiel. Gleichzeitig baust du halt einfach diese Verantwortungsebene auch oben drüber und du brauchst einfach eine Führungskraft, die das auch vielleicht überblickt, wo wir halt oft drüber sprechen, es geht ja schon um Empowerment, dass deine individuellen Teammitglieder sinnvoll arbeiten können. Aber da baue ich jetzt kein lustig benanntes Konzept mit, das nenne ich jetzt Agilität. Ich meine, was du ein bisschen gerade ansprichst, ist das, wo ich mir immer schwer tue. Also ja, wir haben schon oft gesagt, in der Softwareentwicklung und so, es macht schon Sinn oder es bietet sich sehr an, weil die Priorisierung ein wesentlicher Bestandteil ist und vor allem die Aktualität der Priorisierung. Was bringt mir das, wenn wir vor einem halben Jahr beschlossen haben, wir wollen jetzt in der Reihenfolge 1, 2, 3 diese Dinge abarbeiten, um dann ein halbes Jahr später festzustellen, ja, aber Punkt 3 interessiert halt blöderweise keinen mehr, weil, weiß nicht, hat die Zeit überholt. Und deswegen ändern wir das. Und ich glaube, dafür ist es halt durchaus sehr geeignet, wo ich mir immer schon schwer getan habe, ist festzustellen, ja, wo und wie lässt sich das übertragen auf ganz andere Arbeiten, wo es weder irgendwie möglich ist, die Arbeit in kleine Häppchen aufzuteilen. Ich meine, ja, ich weiß schon, wenn man sagt, okay, wir schreiben ja ein Paper, dann kann man das Paper in kleine Überschriften aufteilen und sich vielleicht daran irgendwie näher anhandeln. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist da irgendwas gesagt worden zu dem Thema. Nein, sonst wären wir jetzt beide nicht hier und würden über das Thema lästern oder diskutieren. Und das war so mein größtes Learning, dass für mich der, ich weiß nicht, ob das ein Skill ist oder dieses Konzept oder wie auch immer man das nennen möchte, ist halt absolut nicht transferierbar. Also nicht mal fürs Kochen ist es so richtig transferierbar, weil ich meine, selbst, und das fand ich nämlich sehr spannend dann, so als Gegenbeispiel, ist, wenn ich jetzt an eine top funktionierende Küche denke, jetzt so als quasi Außenstehender, dann bin ich mir relativ sicher, dass es dort massiv hierarchisch zugeht, weil es einfach einen Küchenchef gibt. Die Person muss Verantwortung dafür übernehmen, wie die Qualität ist. Aber gleichzeitig ist auch wieder, die Verantwortung des Küchenchefs ist, dass die individuellen Stationen, sag ich mal, empowert werden, gute Arbeit zu leisten. Du kannst nicht eine Top-Küche sein und dann selbst organisiert quasi agil arbeiten. Also da verschwimmt halt dann dieses agile Konzept so ein bisschen, weil ich mir denke, wohin lässt sich das transferieren? Also um dein Beispiel jetzt mit dem Paperschein zum Beispiel zu nehmen, dann kann ich nicht mal aus dem Workshop das so transferieren für was anderes. Und dann frage ich mich auch, wieso mache ich dann einen Workshop in einer Küche, wenn ich auch dann gleich in meinem Projekt sozusagen dieses agile durchtesten könnte. Also ich verstehe diesen Need nicht. Ich verstehe es schon, weil es ist natürlich ein tolles Business-Modell und man kann das an Firmen verkaufen und da kommen Menschen hin und zahlen dir unheimlich viel Geld, dass sie sich dann gut fühlen und einen tollen Workshop gemacht haben, wo wir auch schon ein paar Mal diskutiert haben, dass das ein gutes Business-Modell für quasi Berater und Coaches ist, die dann keine Inhalte bringen, sondern das Team fühlt sich dann gut und die Führungskräfte fühlen sich gut und nehmen nichts daraus mit, weil keine transferierbaren Dinge gemacht werden. Und das Gefühl hatte ich da ein bisschen auch, weil wenn dein Go's a Pitch ist, das Learning by Doing, dann tue ich doch nicht Kochen in meiner normalen Arbeit. Also es ist dann, da waren halt irgendwie viele Punkte, die für mich nicht mehr kohärent waren, auch so im Pitch, aber scheint zu funktionieren das Konzept. Ja, vor allem auch interessant, weil Kochen ja durchaus zeitkritisch immer wieder ist und zu sagen, genau, aber das war ja auch der... Wir machen jetzt Besprechung oder irgend so was? Ja, aber das war auch der Teil des Konzeptes, dass du halt, du bekommst halt dann deine 20 Minuten, um irgendwas zu kochen und du hast dann 5 Minuten Planning Phase 1 und Planning Phase 2 und du suchst quasi, besprichst zuerst dein Rezept, dann teilst du die Aufgaben ein und dann hast du 20 Minuten, um irgendwas zu kochen und dann kommt halt irgendein Product Owner oder irgendjemand und gibt Feedback auf dein Essen sozusagen. Das ist halt auch ein recht witziger Vorwurf, der immer wieder kommt. Es gibt ja sehr strikte und strenge Prozesse, also eben, es fängt schon beim Wording an, es gibt irgendwie einen Sprint und da darf man sich zum Glück noch ein bisschen aussuchen, wie lang der vielleicht sein sollte und dann gibt es halt irgendwie Planning 1 und Planning 2 oder wie auch immer und dann hinten nach gibt es einen Haufen Artefakte, was man halt irgendwie abliefern muss und was sozusagen dann angeschaut wird und kontrolliert wird und dann gibt es noch ein paar Meetings zwischendurch, die alle quasi einen Namen haben und genau da sind und täglich sich vielleicht noch irgendwie in einem Daily oder in einem Stand-Up oder was auch immer Stand-Up, ja klar. abzustimmen etc. und jedes Mal sozusagen, wenn dann irgendwie eine Kritik aufkommt und du sagst, naja, ich weiß nicht, aber irgendwie bei uns ist das Endergebnis vielleicht nicht so toll, wie es sein sollte, dann sagt irgendwer, naja, aber ihr habt sehr sicher die Prozesse irgendwie nicht gut eingehalten und dann kann man immer sagen, so ja, aber du hast nicht in der reinen Lehre sozusagen von Scrum gearbeitet, sondern diese Abweichungen, die du da hast, die sind der Grund, warum es nicht funktioniert und da merkt man dann, dass man relativ schnell ein bisschen dogmatisch wird, weil halt, ja, also wenn es quasi nur nach der reinen Lehre geht und jede Abweichung der reinen Lehre ist dafür verantwortlich, warum es nicht funktioniert hat. Ja. Es ist, deswegen sage ich ja, es ist halt schwierig, ein, um das sehr überspitzt zu formulieren, ein nicht vorhandenes Konzept sinnvoll zu kritisieren, weil halt dann die Rückantwort genau das sein wird, was du sagst, ist so, ja, ja klar, aber du hast das Daily 15b, nicht gemacht und du hast den Stand-Up 13a hast du einmal ausgelassen und dann, ja, dann kann es ja gar nicht funktionieren. Ja, und die Planning Phase, ja, und da hat dir hier Product Owner war, war, ist nicht angesprochen worden zu Feedback, na ja, klar, also dann kann es nicht funktionieren. Dann ist halt, okay, dann, dann brauchen wir gar nicht überreden, dann kann man es nicht kritisieren, du kannst kein Feedback über das, unter Anführungsstrichen, Konzept irgendwie abliefern, und dann, ja, kann man wie ein bisschen wieder mit anfangen. Und das ist halt, ich meine, das sehen wir bei vielen anderen Diskussionen auch in dem Moment, wo du, wo es nicht erlaubt ist, sozusagen, inhaltliche Kritik zu äußern an der Methodik und dem Vorgehen, wird es halt relativ schnell schwierig, ja, weil, was willst du denn dann sagen, dann bist du gleich ein Ketzer sozusagen, der irgendwie sich erlaubt, was zu sagen, ja. Und ich meine, ich glaube, man darf Einsicht vergessen, wo es auch ein bisschen herkommt und was für Schmerzen es gelöst hat, ja. Und ich glaube, da wiederum, also jetzt bin ich wieder auf der Ecke Softwareentwicklung, da liefert es halt weiterhin, glaube ich, seinen Sinn, ja. Also, weil es kommt einfach dorthin, wo man gesagt hat, hey, super, wir machen das irgendwie so in Phasen, man nennt das ja den Wasserfall, also, weil das so immer eine Phase weiter runter dann rutscht, ne, und sagt einfach, bah, super, wir haben da mal so ein Grobkonzept, das haben wir uns mal irgendwie in drei Monaten überlegt, wie das ausschauen könnte, ne, und wenn man dann vom Vorstand das Go bekommt, dann darf man weiter auf die nächste Phase, dann ist mir einmal den Wasserfall hinuntergefallen, dann macht man ein Feinkonzept, da arbeitet man dann ein halbes Jahr dran und da spezifiziert man alles aus und da bespricht man und sagt, ja, da, und dann machen wir das Arbeitspaket dort und in dem Arbeitspaket sind dann 1, 2, 3, 4, 5 Schritte drinnen und wenn das fertig ist, dann gehen wir zum nächsten und da wird sozusagen ein Elfenbeinturm geschnitzt, ja, also ganz, ganz feinstsäuberlich und alles ausspezifiziert und wenn tausend Leute befragt, ob die das auch so sehen und dann wird ihre Meinung eingeholt und das wird dann dokumentiert, damit man dann drei Jahre später sagen kann, ja, aber der Huber, der hat ja gesagt, das findet er gut und das braucht er so, ne, und dann irgendwann kommt die üblicherweise recht kurze Umsetzungsphase und dann große Überraschung, dann sagt der Huber, ja, aber du nicht besser und das hätte ich voriges Jahr gebraucht, aber heuer brauche ich das nicht mehr, du kannst zwar einbauen, aber bringen tut es mir nichts, ne, und dann steckst du drinnen in dem Dilemma, ne, was tun jetzt mit dem Plan, der nicht mehr irgendwie der Zeit entspricht und da waren viele Leute sehr unglücklich und unzufrieden, weil es halt irgendwie komplett sinnlos ist, sich an dem Plan von letztem Jahr zu halten, wenn aber heute und morgen die Wirklichkeit ganz anders ausschaut und darum war das so toll, herzugehen und zu sagen, hey, wir probieren zwar ungefähr die nächsten Schritte mal so voraus zu planen, wir machen vor allem immer das, was dem Business den meisten Mehrwert bringt und den höchsten Wert für den Kunden hat und sozusagen, ich stacke ein wichtiges Teil vom Kunden für den Kunden aufeinander und entscheide sinngemäß alle zwei Wochen, so, was ist jetzt das Wichtigste? Dass das auch da natürlich oft in Reinkultur nicht funktioniert oder viel Erfahrung braucht, um dort hinzukommen, weil wenn du halt irgendwie ein Haus baust, dann kannst du nicht mal irgendwie gar entscheiden, ja, jetzt ist das Wichtigste der Dachziegel da oben, wenn ich aber noch nicht einmal den ersten Stock stehen habe, so ungefähr. Also es gibt auch da große Abhängigkeiten, die es dann ein bisschen schwieriger machen, aber wieder, ja, wie man das umsetzen möchte in einer Abteilung, die ich weiß nicht, was tut und, 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 wo dann da die großen Vorteile sind. Ich habe früher schon mal gesagt in einem Podcast, dass es, dass, was ich mir am ehesten noch vorstellen kann, ist so eine gewisse Art von Messbarkeit, dass man einfach sagt, okay, wir können einfach im, was auch immer, im Monat, in der Woche, einfach so und so viele, was auch immer es sein mag, abliefern, ja, und, und, dass das vielleicht eine gute Rechtfertige ist, warum man dann sagt, okay, und, und übrigens das Ding, was wir da messen, ist jetzt gestiegen um, um 15 Prozent und jetzt da blasen wir es nicht mehr, weil jetzt, jetzt bräuchte man irgendwie noch eine Person mehr oder so irgendwie, das ist noch der größte Mehrwert, den ich in, in Abteilungen, die nichts irgendwie damit zu tun haben, wo, wo das erfunden worden ist und warum das Sinn machen könnte, wo das vielleicht trotzdem noch helfen könnte dann. Ja, für mich ist der, der, der wesentliche Punkt, den ich, glaube ich, sehr klar machen würde, ist, ich, ich kritisiere nicht die Bestandteile eines, unter Anführungsstrichen, agilen Prozesses, weil für mich dieses agil sich nicht dadurch definiert, dass ich es agil nenne, sondern das baut sich aus ganz anderen Bausteinen zusammen. Ich meine, nehmen wir unser Lieblingsbeispiel aus den Football-Zeiten, wo du halt klare Prozesse hast, du hast einen klaren, sag ich mal, zeitlichen Ablauf, bis wann irgendwas da sein muss, du hast riesige Teams, die wiederum aus kleinen Teams sich zusammenbauen, hast quasi klare Hierarchien und ich glaube, wir machen fast alle Prozesse, die in diesem, unter Anführungsstrichen, Agilitätskonzept drinnen sind und nie ist irgendjemand auf die Idee gekommen, das agil zu nennen, sondern es baut sich halt einfach aus Elementen zusammen, wo Führungskonzepte dabei sind, wo Organisationskonzepte dabei sind, wo Kommunikationskonzepte dabei sind, die sich dann, wenn wir das quasi weiternehmen wollen, die stacken dann halt zu einem Gesamtprozess. Aber wieso man das unbedingt unter Anführungsstrichen Agilität nennen muss und dann so halb ausgegarende Ideen noch dazu als Argument hernimmt, damit habe ich eher Probleme. Also wie gesagt, selbstorganisierte Teams muss es geben, genauso muss es sinnvolle Verantwortungen geben, nach oben, es muss klar sein, wer dann für das Endpunkt verantwortlich ist, es muss klar sein, wer wohin kommunizieren muss, überhaupt, wer wohin abliefern darf, soll, wie auch immer. Also mit den Dingen habe ich hier keine Probleme, und mein Problem ist nur, dass das meiner Meinung nach nicht auf der richtigen Ebene quasi kommuniziert und verkauft wird und am Ende des Tages kann ich mir sogar vorstellen, dass es mehr Teams schadet, als es hilft tatsächlich, weil es halt auch, wie du sagst, schwer transferierbar ist. Ja, ich meine, lass uns vielleicht auf diesen unterschiedlichen Ebenen gleich nochmal mit einsteigen, weil wo man schon, glaube ich, einen Nutzen und Mehrwert ziehen kann, ist so ein bisschen dieses Mindset dahinter, nämlich zu sagen, also mehrere Aspekte, dieses Mindset des Probierens, dieses Mindset des, hey, lass uns ja mal jetzt wieder auf die Meta-Ebene gehen in einem, was man zum Beispiel Retro nennen könnte, also Retro für Retrospektive und wo sich das Team zusammensetzt mit oder ohne Führungskraft, wobei jetzt, je nachdem, in welchem Schema man ist, vielleicht gar keine Führungskraft gibt, aber in unserem Fall zum Beispiel immer das ganze Team und einfach solche Fragen geklärt werden, die auch viel mehr Teams besprechen sollten. Was ist gut gelaufen? Womit sollten wir aufhören? Womit sollten wir starten? Was ist nicht so gut gelaufen? Und dass man einfach ein Forum bietet und das im Zweifel, also wir machen das zum Beispiel alle zwei Wochen, also ein Forum bietet, wo man einfach regelmäßig irgendwie sagen kann, hey, der Prozess, den wir da gezwungen sind einzuhalten, der ist urmühsam. Können wir mal probieren, den und den Schritt rauszunehmen und dann rein. Und das, was ich das Schöne finde, es ist eine wunderbare Mischung aus, man kann auf der einen Seite schon ein bisschen Frustration woisen, also wir sagen mal, also formulieren und zur Sprache bringen, aber gleichzeitig zwingt es sich schon, zumindest indirekt, in Lösungen zu denken. Ja, ich will das abdrehen, weil ich will das und das erreichen. Ich würde gern mit dem starten, weil das hindert mich oder da könnte ich irgendwie besser agieren. und all das bringt halt so viel positives Veränderungspotenzial und Dynamik ins Team rein, aber auch in die Organisation, weil man einfach sagen kann, hey, keine Ahnung, wenn man, ich sage jetzt irgendwas, wenn man schon um 8 Uhr starten könnten, statt erst um halb 9, dann wird es sich bei mir hinten raus mit meinem Training besser ausgehen. Irgendwas jetzt, ja, und einfach Möglichkeiten und Bühnen sozusagen zu schaffen, um das zu ermöglichen, das wird so vielen anderen Teams auch gut tun, die irgendwie, natürlich je nach Organisation, aber wenn die Organisation geradezu eine Institution ist, wo alles sehr steif und fest und in Hierarchie und hin und her, da ist es ja geradezu undenkbar oft, dass man sich zusammensetzen könnte und mal die Leute fragen könnte, mit was sie eigentlich anfangen wollen oder was sie lieber nicht tun wollen. Das ist aber jetzt meine absolut steile These, ist, dass du Retros auch machen kannst, ohne es Agilität zu nennen. Ich weiß, es klingt absolut verrückt, ich bin da voll bei dir, ja, also wir reden ja sehr oft über dieses Reflektieren und das ist halt, deswegen sage ich ja, für uns ist das ja konzeptionell Teil der normalen Teamarbeit, dass du halt Reflexionsphasen hast und dazu war ich jetzt eben das Nicht-Agilität und in mein agiles Konzept einbauen, weil reflektieren müsstest du auf der individuellen Ebene schon beginnen und da haben wir auch wieder aus dem Sport halt oft darüber gesprochen, es ist quasi absolut normal nach einem Spiel eine Reflexionsphase über das Spiel zu machen und dann machst du das genauso nach der Saison und in der Saisonvorbereitung reflektierst du sogar auf die letzte Vorarbeitungsphase, also das sind halt Dinge, die ja irgendwie schon dabei sind und in bestimmten Themenbereichen, wie jetzt zum Beispiel bei mir in der Lehrkräftebildung war das immer Teil, also du musstest reflektieren über jede Unterrichtsstunde oder jede Planung, die du gemacht hast, deswegen sage ich ja, das ist wieder, Agilität ist halt nicht so das Konzept, das irgendetwas beschreibt, was es nicht anders auch schon gäbe. Ja, ja, voll, voll, es ist halt ein bisschen mit reingepacken, ich glaube, da könnte man es vielleicht noch so bezeichnen und deswegen halt auch der Punkt eben, ja, nicht gleich das ganze Kind mit dem Bade ausschütten, es sind schon ein paar interessante Aspekte und Konzepte drinnen, die glaube ich noch immer vielen Teams einfach helfen würden, diese Starrheit aufzubrechen und dort Dinge zu ermöglichen, die vielleicht derzeit undenkbar sind, ja, wo das halt irgendwie nur hinter vorgehaltener Hand hervorgepresst wird und wo es einfach nicht diese Bühne gibt, weil auch, und da gehört natürlich auch die Führungskraft dazu, die dann in der Lage sein muss, das auch entsprechend anzunehmen und aufzunehmen, ja, und nicht jeden geäußerten Vorschlag, nenne ich es jetzt mal, als Kritik aufzufassen und irgendwie als Angriff gegen die eigene Autorität zu sehen und nur weil irgendwer mal vorschlagt, ob man nicht da und dort vielleicht was anpassen könnte oder abändern könnte und leider kennt jeder genug von diesen Führungskräften, die da sozusagen so viel Ego, also vielleicht falsch gelebtes Ego drinnen haben, um nicht zu erkennen, so hey, nur weil irgendein Mitarbeiter eine Idee hat, heißt das nicht, dass er das, was du machst, blöd findet, das vielleicht so ganz salopp formuliert und so einfach heruntergebrochen, aber trotzdem ein wichtiger Aspekt, der da draußen leider immer wieder stattfindet und zu beobachten ist. Ich glaube auch, ich meine zusammenfassend vielleicht, was du zwischendurch schon mal erwähnt hast, ist einfach dieses Dogmatische, ist glaube ich so das Problem, weil ich würde nämlich auch sagen, dass du halt super viele Elemente immer nutzen können müsstest oder solltest, also wie gesagt, die Retro ist das, was am einfachsten zu transferieren ist und auch man kann sagen, eben vielleicht in Inkrementen arbeiten klappt mal, mal nicht, aber das ist quasi alles legitim, aber das Problem ist halt dann zu sagen, es gibt keine Hierarchien mehr und im Magilen-Konzept ist das einfach nicht vorhanden, dann kannst du halt schon nicht mehr drüber diskutieren, weil dann ist es halt eben zu dogmatisch, dann kannst du nicht mal mehr versuchen rein zu argumentieren, dass ja, aber es gibt dann halt Prozesse in einer Entwicklung, da braucht es einfach Hierarchien, aber dann können wir wiederum in anderen Entwicklungsphasen natürlich sehr selbstorganisiert arbeiten, aber das halt so auszugrenzen, das ist finde ich sehr, sehr schwierig, wenn man da nicht diese Elemente daraus nutzen kann. Ja, vor allem, ich finde auch, vielleicht, also vielleicht ist es jetzt wieder so ein Software- Entwicklungsding, aber das sagt sich halt recht leicht, so ja, das Team kann sich schon selber organisieren, wie es das machen möchte und vielleicht sogar auch, wie sie die Arbeit sozusagen konkret umsetzt, aber nachdem wir alle eingebettet sind in mehrere Teams und in eine gesamte Firma, hatten wir da auch schon die ein oder andere inspirierte Diskussion darüber, wie gescheit das halt wirklich ist, wenn da irgendwie jeder sein eigenes Süppchen kocht und wie viel übergreifende Führungen im weitesten Sinn, also quasi, wer hat sozusagen das große Ganze im Auge, weil wenn jeder quasi, viele Leute in vielen Teams, jeder kocht so ein bisschen sein Süppchen und wer hat irgendwie das Auge aufs große Ganze und was kommt dann raus, wenn es keiner hat, ist dann der CTO der Einzige so ungefähr oder gibt es dann irgendwie noch drunter Leute oder also wie teilst du das auf und wie, je nach Firmengröße halt auch natürlich die Frage, wie skalierst du das hinten raus, weil das klingt halt super, wenn da irgendwie zwei Teams mit drei Leuten, zu weniger, sich da irgendwie selbst organisiert, ja, ja eh, aber was machst, wenn du auf einmal fünf Teams hast und jeder hat acht Leute, ja, du hast dann neue und andere Herausforderungen und man darf sich denen halt nicht verstellen, man muss halt die Augen offen halten und merken, okay, da braucht es dann auf einmal andere Dinge und wird es halt viel Veränderung geben, wenn du dorthin wächst, sagen wir mal so, also nicht zwangsläufig, wenn du gleich bleibst, aber und da habe ich da wirklich noch. Ja, ich glaube, da würde auch immer das Gegenargument dann kommen, ja, aber da musst du halt deine Agilitätskonzepte halt noch besser durchführen, wenn dein Team wächst. Also ich sehe, ich versuche jetzt nur quasi wieder weiterzudenken, wo es dann Anpassungen gäbe in dem Konzept und das klang jetzt alles, wie du schon sagst, sehr, sehr starr, also da bekommt man dann einen Pitch, wo dann drinsteht, also Teams sollten maximal neun Personen groß sein und am besten zwischen eben fünf und neun und dann gibt es halt irgendjemanden, der dann den Prozess Scrum Master, dann gibt es Product Owner, aber dann wie du sagst, so, okay, aber kann man das dann nicht skalieren? Es ist dann nur eine lineare Sache von, es gibt ein Team mit maximal neun Menschen mit einem Scrum Master und einem Product Owner und was machen wir dann? Also wäre es dann, okay, und die gehen zu den Kunden hin oder ich fahre mich dann echt so, das geht halt echt schnell. Man kann natürlich ein bisschen mehr skalieren, das geht schon, aber du hast jetzt gerade nochmal, und vielleicht zum Abschluss ist das ganz gut, nochmal das Wort starr angesprochen, ich glaube, wir haben es eingangs auch schon ein bisschen erwähnt und das ist halt das Witzige, weil es ist halt so total agil und alles, wie es das Team braucht und gleichzeitig, was vielleicht auch gar nichts Schlechtes ist, aber es ist in dem Fall mir persönlich eben zu dogmatisch, glaube ich, diese Starrheit. Ja, und jetzt kann man natürlich gleichzeitig sagen, es braucht einen Rahmen, wir sagen das auch oft, es braucht irgendwie einen Rahmen, in dem man diese Freiheit hat, also und vielleicht ist genau das damit gemeint, du hast halt irgendwie einen starren Prozess, der irgendwie alles vorgibt und in dem, in dem so starren Prozess kannst du gerne frei sein und agil sein und was auch immer du möchtest, aber es klingt halt schon irgendwie interessant, dass du, ja da irgendwie, obwohl alles so super agil und frei ist, gefangen bist, in der ärgsten Starrheit. Ja, das stimmt. Ich glaube, das fasst es am besten zusammen. Das Ding heißt agil, aber du musst halt von A bis Z die Punkte genauer durcharbeiten, sonst machst du das Konzept nicht richtig. Ja, und wo das hinführt, das haben wir auch schon öfters gesehen, dass die Utopia lässt grüßen und ja, ja, total spannendes Feld, gibt es viele spannende Bücher dazu zu dem Thema, wer da mal ein bisschen einsteigen möchte, durchaus auch schon angetaut, die fast, naja, über 20 Jahre jetzt mittlerweile alt sind, wie halt so das agile Manifesto und so herauskam und ja, ich glaube, man sollte sich damit beschäftigen und man sollte sehr gut aufpassen und überlegen, dass man nicht einfach nur, weil die Sau gerade aufgetrieben wird, das bei sich einsetzt und umsetzt und sagt, boah, super, das ist der neueste Schmäh, das müssen wir unbedingt machen, sondern gut überlegen, warum möchte ich das machen und kann ich nicht vielleicht einzelne Bausteine einfach so herausnehmen, was ich vorher als das Mindset dahinter bezeichnet habe, ja, also einfach dieser Mut, das wollte ich noch vielleicht einbringen, dieser Mut, Entscheidungen zu treffen, die nicht irgendwie, ich muss nicht sagen, boah, ich ändere den Prozess und damit bin ich jetzt auch 15 Jahre im nächsten Prozess drin, sondern nein, wir probieren das einfach aus, irgendwer hat das vorgeschlagen, wir ändern den Prozess, wir probieren das aus und spätestens in einem Monat sprechen wir wieder drüber, war das jetzt eine Veränderung, die Sinn gemacht hat? Nein, ja, dann wieder zurück zum Alten, wenn interessiert es. Ja, also diese Freiheit und dieser Mut, der ist vielleicht wirklich noch das größte Geschenk von der ganzen Agilität, würde ich jetzt mal so ganz frei behaupten, ja. Ja, ich würde sogar sagen, dass man, wenn einen das interessiert, dann würde ich mit einer Retro starten tatsächlich und wie du sagst, erst mal überlegen, was haben wir für Prozesse, was gefällt uns an den Prozessen, was gefällt uns nicht und dann zu überlegen, welche Elemente möchte ich denn verändern, weil dann trifft nämlich unser Konzept von Rahmen viel besser zu, weil wir sagen nie, es gibt den und den Prozess und den musst du wirklich von A bis Z durchmachen, nämlich wirklich alle Schutte, genauso wie sie in der Theorie halt aufgeschrieben sind, sondern es gibt einen Rahmen, in dem du dich halt bewegen musst, weil du immer mit Individuen zu tun hast, du hast immer mit einem Businessfeld zu tun, du hast immer mit einem Team zu tun, also da gibt es so viele Elemente, die halt unter Anführungsstrichen agil betrachtet werden müssen, damit ich damit arbeiten kann, ja, aber da ist halt einfach diese Reflexion, glaube ich, das Allerwichtigste und damit einfach mal zu starten, weil, das hast du nämlich ein paar Mal gesagt, viele haben das noch nie gemacht für ihr eigenes Team und wenn ich, ohne vorher zu reflektieren, was habe ich denn, wo stehe ich denn, kann ich jetzt nicht sofort ein neues Konzept einfach hernehmen und es sofort transferieren, das wird auch nicht funktionieren, also es ist immer, diese Reflexion sollte man vorher auch schon machen, bevor man irgendwas Neues umsetzt. Ja und vielleicht, um den guten Jocko wieder mal einzubringen, auch wenn du wo reinkommst, das ist jetzt gerade, entweder weil du neue Führungskraft bist oder weil du den Bereich übernommen hast oder weil du dir einfach denkst, wow, super, ich habe da ein Buch gelesen und wir müssen alles tun, einfach nie vergessen, wenn dort nichts im Magen ist, dann komm nicht rein und verändere einfach mal, nur weil es halt ist und das ist halt sehr oft Mode, um sich, ich weiß nicht, seinen eigenen Fußabdruck zu hinterlassen oder um sich zu beweisen oder um was auch immer zu tun, aber wenn dort nichts im Magen ist, dann fange ich da an, da wild hinein zu grätschen, wenn es ein paar Punkte gibt, die definitiv Aufmerksamkeit brauchen, dann komme ich natürlich um die und wenn dort alles im Magen liegt, ja gut, dann krempel die Ärmel in die Höhe und fange an, ja, aber dieses, dieses, wie sagt man, Awareness vielleicht auf Englisch, darauf zu haben, was gibt es und was braucht es vor allem gerade in der Situation, das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Hinweis für don't try this at home, ne? Ja, und dazu braucht es halt auch eben Führung und Führungsphilosophie und Konzept, also es wird halt nicht selbst organisiert funktionieren, ja, guter Schluss, guter Schluss, ja, ja, darüber nachdenken, was ihr tut, ja, das ist der Punkt, okay, gut, dann, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen, ja, sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal,